Ein renovierungsbedürftiges 21 Zimmermehrfamilienhaus steht hier zum Verkauf. Es befindet sich in Remscheid Innenstadt. Das im Jahr 1910 erbaute Gebäude verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Es hat acht Schlafzimmer und acht Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 400 Quadratmeter, weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 500 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis beläuft sich auf 227.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. und wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.